Glückwunsch, Platz 2. Wie zufrieden sind Sie? Ja, ich bin sehr zufrieden. Es wird gerade noch geprüft, ob jetzt ein oder zwei Balkfälle sind in dem Zweierhindernis, weil ich persönlich habe nur einen mitgekriegt, der zweite habe ich auch mitgekriegt, das wird jetzt alles geprüft und dann sehen wir weiter. Aber ich bin sehr zufrieden. Pferde waren gut. Ich habe zweimal ein wenig Fehler gehabt in der Leinerführung, habe einmal kurz zu früh einen Impuls gegeben, da waren die schon ein wenig schwankend im falschen Loch drin, aber war super. Ich bin sehr zufrieden, Pferde einen ordentlichen Job gemacht haben. Wunderbar durchgekriegt, viel Power gehabt, viel Energie, alles super. Für den Hintergrund, was wird überprüft und was würde es eventuell mit der Platzierung bedeuten? Das kann ich noch gar nicht sagen, ich weiß es gar nicht. Ich bin gerade erst abgestiegen, ich habe noch gar keinen Zettel gesehen, ich habe noch keine Kombi gesehen, kein Marathon gesehen, ich habe noch gar nichts gesehen. Ich bin gerade runter von der Kutsche und ja, müssen wir jetzt gleich mal gucken. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass es der zweite Platz ist, was bedeutet das, heute hier im Marathon zweiter zu werden? Ja, sehr gut, es war ein schweres Marathon und für Aachen ist es sehr toll. Insgesamt, wie sieht es am Wochenende bisher aus und ich glaube, die Mannschaft ist ja auch noch ein bisschen... Mannschaft waren wir nach der Dressur führend, jetzt nach dem Marathon auch führend, Punkte müssen wir jetzt auch noch mal genau gucken, das kann ich auch noch nicht sagen, aber im Moment ist die Mannschaft vorne. Von den Deutschen vor die Holländer und das ist schon eine Leistung, weil die Holländer sind sehr stark und wir sind stärker im Moment. Musik 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 Musik